Und heute mit einer obergeilig neuen Folge mit dabei ist der Assassin und der Fuji und sogar den einige sogar aus der den einige sogar wahrscheinlich aus einigen folgen kenne wir präsentieren euch wieder mal erholt sein abend wir präsentieren euch eigentlich spiele frei frei lobby also was geht jetzt ab nein hör doch aufschilder eine abpacken muss verhaut chill doch mal ich mache nichts für dein leben lasst einfach noch mal spiel doch auf juni da wollte es nicht anders alter du wolltest nicht du kleine bitch alter so lange hallo ja klar doch schon wo geht er jetzt ist das jetzt das auto das du unbedingt holen wolltest darfst du sie so toll sein alter die limo war doch viel geiler man die limo hat doch viel viel cooler ausgesehen aber egal solange es schnell ist es ja alles gut wie das aussieht alte die haben das einfach so fucking nice cover mit der ego fest jetzt wird nur noch der michael aber steckst du eigentlich erst essen ich habe auch so sind eine rauchgranate gefahren ich wollte auch den fingerzeigen wo ist das hier was wieso sollte sie darauf dadurch repariert werden aber ich mache es jetzt ist jetzt repariert kann das einfach so sie ist einfach repariert alter der effektor ja mich hat schnell nicht schießen alter wir schießen auch nicht berühmt dich wieder aus wie so ein ding also wie so ein holocaust irgendwie wie heißen diese bewacher also die leute die eine holocaust bewachen halt der zeit oder wieder aus mich ja guck mich woanders ich bin ich bin ich bin oh der hat in der knall der berühmt sein leben alter berühmt dein leben direkt so alter errastet direkt aus mit der knarre alle mit akta was wollt ihr bei der abgibt dass ich keine versuche jetzt zücken kann warte kurz durch alter ich kann den auto einfach nicht schießen habe ich kann aus dem fenster schließen der andere dritte okay mich wird auch an kacken alle wenn man immer in meinem auto und drive bei geben würde so aus dem auto rausschießen kann ich hier durchschießen ja wenigstens das geht keine sache die ist schon lange kaputt also der ganze auto demoliert aber ein linkes fenster sein vorderes fenster dein vorderst du hast du das jetzt tötet es so ein lampen alter wie ungastfreundlich ganz ehrlich wirst du mich verraten jorge sein lab ich schieße extra nicht oder er drückt eiskalt den abfocker dafür wirst du büsten nein spaß ich mach das ganz du bist so scheisse schwul alter den oder der auf außer ich wollte nicht auf dich zielen wo ist der andere komm ich kenne den anderen alter hab ich dich ge... äh lol ja läuft doch mit sniper raster der direkt ausliegen ich hier ein halbes jahr noch oh mein gosch spaß auch nicht benötige ein größeres und besseres auto gute idee ja ne lass doch in dein auto reingehen wo erstens mehrere leute sind und etwas schneller ist und so mal gucken was ich so habe alter schild Mystery Bei hier einик Tschüss ein ich habe ich Lesson Man Tja Problem Spiele Tja fleeing Nein, warte, beruhig dich. Lass mich hier einsteigen. Hallo. Boah, einfach glücklich, Mann. Scheiß doch drauf jetzt. Jetzt hast du schon das Auto gehabt, das ist ein anderes. Ja, gerne. Verreckt, Alter. Boah, die Bullen müssen immer reinscheißen. Immer sich in Situationen einmischen. Und da wollen sie gar nichts damit zu tun haben. Einfach irgendwelche Menschen, die das Gesetz bewahren tun. Aber na ja, ich meine, wenn es diese Polizisten nicht geben würde, dann wäre die Welt wahrscheinlich schon voller Marschallah. Wer will denn den Entspannungsstätten? Ja, kann nicht. Ich kann dir mal ein Foto oder so schicken, wenn du willst. Ja, ein anderes Mal ist es okay. Ich muss erst mal Fuji töten. Obwohl ich das eigentlich jetzt nicht nötig hatte, weil... Tut mir leid, Fuji. Nein, das tut mir echt falsch. Nein, okay, sorry, sorry, sorry. Nein, nein, hör auf, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Das ist nicht falsch. Ich muss sogar auf, Kutsch hier so. Ey, was ist das jetzt, Alter? Welcher Hardscoper, Mann? Freut mich für dich, Alter. Ja, hoffentlich, Mann, das ist ja cool. Ja, wenn du möchtest, dann kannst du das machen. Ja, klappt. Es wird verkückt. Ich bin hier im Helium. Ja. Wie das aussieht, alles mit Ego-Perspektive. Es ist schon coole Ego-Perspektive. Es ist schon eine geile Idee, finde ich. Aber irgendwie ist die Steuerung etwas, was soll ich sagen, beeinträchtigt. Also irgendwie kann ich mich nicht so viel, viel besser steuern. Was, wenn ich drinne sitze? Aus diesem Grund sage ich jetzt mal so. Aber rumzulaufen mit Ego-Perspektive ist, oh mein Gott, ey. Erstmal zu meinem Baby, Alter. Sein Lachen, Alter. Du bist so ein hässliches, nachmachendes Kind, Alter. Junge, ich finde das doch nicht schlimm, Alter. Mein Gott, heul nicht. Ich finde das doch sogar cool, Mann. Ja. Was? Was? Ja, meine Kinder können dann entscheiden, ob die Let's playen, ob die auch wirklich Bock darauf haben. Aber ich hoffe doch, wieso nicht? Ich meine, ich habe ja auch Spaß daran. Und wenn ihr Spaß daran habt und meine Zuschauer Spaß daran haben und ich vor allem Spaß daran habe, dann haben doch alle Spaß, oder nicht? Und wenn alle Spaß haben, dann ist das Leben wert. Das Leben doch lebenswert. Ha, du musst kotzen wegen mir. Ha, ha. HA, ha. HA, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Du bist nicht glücklich. Ha, ha. ich wusste ich schwöre ich wusste ich wusste ich habe so krass gespürt gerade du hast versucht gerade auf mich schießen weil ich es genau gesehen ich kann gar nicht sprechen weil es gleichzeitig lachen und sprechen würde es geht gar nicht das geht gar nicht ich sehe einfach so ein dino plötzlich vom himmel ja egal das ist mein name mein freund brau brau wie er es probiert aber naja jetzt bin ich sowieso gleich total africke mann es hat echt spaß gemacht euch zu massakrieren ich so hässlich verstecke ja mit jedem mal es tut mir zwar nicht weh aber ich hoffe dir wird das eines tages wehtun ich hoffe so krass alter mit jedem mal alter wo du andere so nervt mit dem hoffe ich so sehr dass du das irgendwann zurück bekommst alter ich mag dich ja du bist ja eigentlich ganz korrekt aber wenn du sowas macht also dann kann ich dich nur verabschieden alter wieso habe ich selbst mut gemacht also vielleicht euch zu lange im wagen drin war das ist die luft geflogen ist so listen aber trotzdem extrem tsf gemacht was das also die zuschauer ich verabschiede mich mit ganzem herzen und bedanke mich sehr 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 viel mal fürs zuschauen wenn es euch doch gefallen hat dann bitte 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 abonnieren und liken und verbreiten an familiefreunde und an irgendwelche leute haut rein